Lennemont-Karte Buch. Die 26. Karte in den Lennemont-Karten. Hier siehst du als Hauptmotiv ein Buch, beziehungsweise natürlich auch bei, je nachdem, welches Kartendeck du jetzt nutzt, auch mal mehrere Bücher, die zum Beispiel in einem Bücherregal stehen. Auf einigen Kartendecks ist das Buch geschlossen gezeichnet, auf anderen offen. Und bei meinen Kartendecks findest du es in der Regel in beiden Varianten, denn diese Karte bedeutet für mich in der Deutung auch tatsächlich beides. Sowohl das offene Buch, in dem ich lesen kann, also mir Wissen aneignen. Ich lerne etwas dadurch, dass ich lese, was in diesem Buch steht. Vielleicht ist es auch nur eine Geschichte, dann mache ich eben eine Erfahrung und lese und bin halt recht gut unterhalten dabei, wenn es denn ein gutes Buch ist. Aber meistens sind es hier eher die Sachbücher, also dass man wirklich etwas lernt und sich Wissen aneignet. Das heißt, bei jüngeren Personen ist das natürlich das Lernen verbunden mit der Schule. Bei Leuten, die schon aus der Schule raus sind, kann es dann eben im Beruf die Weiterbildung sein. Oder jemand arbeitet halt mit Büchern bzw. mit Papier und Dokumenten. Also das wäre dann so der typische Bürojob oder eben der Autor, der Bücher schreibt. Ich zum Beispiel mit meinem Verlag, passt da auch recht gut in die berufliche Sparte mit dieser Karte. Also es geht um das Lernen, den Unterricht und das Wissen, wenn man so gesehen in dem Buch liest und sich dieses Wissen aneignet. Dann muss man es später nur noch umsetzen, das, was man gelernt hat. Aber die Phase, die dieses Buch jetzt darstellt, ist erstmal die Lernphase bzw. ja, kann man natürlich auch sagen, dass du das Wissen gerade aktuell hast. Dann kommt es halt nur noch darauf an, ob du das auch umsetzt, was du weißt oder eben nicht. Man kann das Buch ja dann irgendwann auch zu Ende gelesen haben. Dann klappt man es zu und stellt es halt wieder ins Bücherregal zurück. Deswegen siehst du hier zum Beispiel auch im rechten Kartenmotiv diese Situation dargestellt. Ich verbinde das dann immer mit dem Gedanken, Buch zu Ende gelesen, Kapitel abgeschlossen, weil so ein Buch besteht ja aus mehreren Kapiteln, die man liest. Also Kapitel abgeschlossen, genug gelernt, genug erfahren. Jetzt kann ich das Kapitel beenden und sozusagen wieder in den Schrank zurückstellen, weil ich es nicht mehr brauche, weil ich einfach schon genug Lernlektionen damit hatte. Wenn du das jetzt auf das Leben überträgst, dann kann es auch da sein, dass vielleicht gerade eine Phase zu Ende geht, wo du genug gelernt hast, genug Lernlektionen hattest und jetzt eben das Kapitel beenden möchtest und einfach sagst so, das reicht jetzt. Das wäre auch eine mögliche Deutung von der Karte. Wenn das Buch jetzt nun aber verschlossen ist, hier auch noch mal so ein bisschen dargestellt mit dem Fragezeichen drauf, das heißt, du hast noch gar nicht reingeschaut, dann ist natürlich noch verborgen, was da im Inneren steht. Das heißt, du weißt nicht, wie der Inhalt ist. Es ist ein Geheimnis oder es ist noch nicht spruchreif, also dir eben noch unbekannt, weil du weißt eben nicht, was dich in diesem Buch oder in diesen nächsten Kapiteln erwartet. Das heißt auch wieder auf dein Leben übertragen. Die nächsten Kapitel sind vielleicht noch gar nicht geschrieben oder sie sind vielleicht geschrieben, aber du weißt eben noch nicht, was dich da erwartet. Das ist immer das große Unbekannte, das Fragezeichen oder das eben etwas einfach noch nicht reif genug ist, noch nicht spruchreif, weil du dir noch nicht die Zeit genommen hast, in dem Buch deines Lebens zu lesen. Also so könnte man sich da auch die Eselsbrücke bauen. Also du hast immer die zwei Möglichkeiten bei dem Buch, dass du einmal sagst, okay, es geht um das Wissen, was du dir aneignen kannst, aber was du natürlich auch weitergeben kannst, indem du zum Beispiel selber unterrichtest oder selber Bücher schreibst oder einfach eben das, was du gelernt hast, umsetzt. Und dann gibt es die aktuelle Phase, dass du gerade in einer Weiterbildung bist oder eben sehr viel mit Papier und Dokumenten zu tun hast. Und die andere Seite des Buches ist eben dieses Verschlossene, das Unbekannte, das Geheimnisvolle und dass es halt einfach noch nicht spruchreif ist. Zum Beispiel neben anderen Karten, angenommen du bist auf der Suche nach einer neuen Wohnung, wenn da dann das Buch daneben liegt, dann ist die Wohnung vielleicht eben aktuell noch gar nicht spruchreif. Also der Zeitpunkt ist noch nicht reif genug. Muss man natürlich gucken, was liegt da noch mit bei. Andererseits könnte es auch bedeuten, du findest eine dir noch unbekannte Wohnung. Also wenn du zum Beispiel schon, weiß was ich, vielleicht drei Wohnungsbesichtigungen hattest und denkst, ich weiß gar nicht, welche von den drei ich nehmen soll und dann kommt das Buch, könnte das eben auch bedeuten, du, das ist keine von den dreien, da wartet noch etwas völlig Unbekanntes auf dich, was erst noch kommt. Also was du im Augenblick noch gar nicht weißt, was du noch nicht erfahren hast, dass es diese Möglichkeit gibt. Kannst du jetzt natürlich auch auf andere Situationen übertragen. Zum Beispiel auf Menschen, die man dann eben kennenlernen möchte, man auf der Suche ist, vielleicht nach der großen Liebe oder wenn du beruflich vielleicht dich neu orientieren möchtest. Das andere, was die Karte natürlich darstellt, ist eben diesen Papierkram. Also schauen auch, dass man was unterschreiben kann. Ja und hier ist jetzt natürlich wieder die Krux. Wann bedeutet die Karte jetzt eben das Geheimnis, das Unbekannte? Wann steht sie dafür, dass ich vielleicht Papierkram erledige und was unterschreibe? Das macht ja bei der Wohnungssuche zum Beispiel schon einen großen Unterschied, ob du jetzt schon die Papiere kriegst und praktisch den Kaufvertrag oder den Mietvertrag unterschreibst oder ob es eben heißt, nee, such mal noch weiter, da kommt noch ein unbekanntes Objekt. Und da hilft dir unter anderem eben zum Beispiel meine vertiefende Positionsdeutung, weil je nachdem, wo die Karte liegt, hat es halt unterschiedliche Bedeutungen. Das heißt, du kriegst da dann eben die Unterstützung, dass du durch die Position in dieser kleinen Neunerlegung, auch wenn du das in der großen Tafel deutest, dass du da dann eben weißt, okay, das liegt da, dann muss es jetzt das Unbekannte sein oder das liegt da, jetzt muss es der Papierkram sein, das unterschreiben. Meine vertiefende Positionsdeutung, ja, die habe ich in ganz vielen Videos mit Beispielen erklärt. Natürlich habe ich da auch Ausbildungsmodule, also Videos zugemacht, die du dir als Kurs erwerben kannst. Ich habe auch Bücher über das Thema geschrieben. Also wenn dich das näher interessiert, dann schau gerne einfach mal in meinem Online-Shop. Dort wirst du dann fündig, wenn du eingibst als Suchbegriff, die vertiefende Positionsdeutung. Und ja, damit ist das Ganze eben wirklich etwas leichter, dass du eben gerade bei solchen Fragen, und wenn die Karte dann aufschaut und wieder so viele Möglichkeiten bietet, wie Buch geschlossen deuten, Buch offen deuten, oder eben, ja, ist es Papierkram oder eben das andere, dass du dann eben wirklich weißt, okay, wie kannst du das jetzt anwenden. Und es gibt natürlich auch Kartenleger, für die ist das Buch immer geschlossen in der Deutung. Also wenn du jetzt zum Beispiel hier meine mystischen Karten in der Mitte verwendest, ist das Buch ja so gesehen nur geschlossen, gezeichnet. Das macht für mich aber keinen Unterschied. Ich kann das ja trotzdem so deuten, dass ich weiß, okay, ich habe aber in dem Buch schon gelesen, und jetzt liegt es da oder schwebt da halt so ein bisschen in den Wolken, weil es das Mystische darstellen soll. Und ich kann das Wissen ja trotzdem angeeignet haben. Da ist ja jetzt kein Fragezeichen drauf in dem Sinne. Aber ich nutze natürlich auch sehr gerne meine anderen Kartendecks, wo ich das wirklich als Eselsbrücke mit draufmalen habe lassen, dass da einmal das Geschlossene mit dem Fragezeichen ist und einmal eben das Offene, wo eben jemand auch tatsächlich gerade drin liest, weil du siehst es ja, die Hände sind dabei. Da ist sogar auf dem rechten Bild der Finger, der da gerade bei der Zeile ist, weil manche lesen ja so Zeile für Zeile. Selbst das Bücherregal für das Wegstellen ist als Gedankenstütze mit bei. Aber es ist egal, welches Kartendeck du auch immer nutzen magst. Denk einfach immer daran, dass du beim Buch beide Möglichkeiten hast für das Deuten und dass es eben auch aus Papier besteht. Ja, das war es jetzt alles, was mir an Deutungen zum Buch einfällt. Vielleicht noch so auf der, ja ich sag mal, spirituellen oder auch vielleicht Gesundheitsebene. Das Unbekannte, das große Unbekannte in uns ist natürlich das Unterbewusstsein. Aber auch die Seele könnte man jetzt auch deuten, weil die sieht man ja auch nicht und trotzdem ist sie ja irgendwie da. Also da kannst du für dich auch reinfühlen, ob du immer nur das Unterbewusstsein deutest bei solchen Fragen oder ob du sagst, ach die Seele, nehme ich da auch mit rein. Ich habe für die Seele noch eine andere Karte, deswegen deute ich hier tatsächlich nur das Unterbewusstsein. Aber ich habe halt den Begriff Seele auch mit aufgedruckt auf die Karten. Das siehst du ja hier oben auch, weil es für manche vielleicht auch stimmig ist. Ja, und wie gesagt, von der weiteren Entwicklung her im Spirituellen, das siehst du ja hier auch noch eingeblendet, geht es natürlich auch da um die Weiterbildung, um sich Wissen anzueignen, beziehungsweise natürlich mit Papier arbeiten. Das heißt, als Talent im Spirituellen ist es das Kartenlegen. Denn die Karten sind ja aus Papier. Aber auch Numerologie, die beschäftigt sich ja mit Zahlen. Und auch Zahlen stehen genauso wie Buchstaben in einem Buch. Und Schreibmedium passt auch noch sehr gut als Zuordnung, was das spirituelle Talent betrifft. Ja, jetzt war mal ganz kurz der Exkurs zu den spirituellen Deutungen auch mit dabei. Habe ich jetzt nicht in jedem Video, aber ich dachte hier, weil hier sonst beim Buch nicht so viel zu deuten ist, nehme ich das jetzt einfach auch noch mal mit rein. Ja, und jetzt kommen wir auch schon zum Kartenorakel. Weiter geht es mit einer speziellen Deutung für dich. Das heißt, du kannst wieder aktuell an meinem Kartenorakel mitmachen. Zum Zeitpunkt, wo du dieses Video anschaust, ist vielleicht genau diese Frage jetzt für dich auch interessant. Nämlich, wie sieht es eigentlich so mit deinem Wissen aus? Könntest du auch sagen mit deiner Weiterbildung? Also ich schaue jetzt einfach mal auf die Karten A, B und C, was die so als Antwort verraten im Punkto. Ja, vielleicht setzt du dein Wissen schon um oder brauchst du da noch ein bisschen, dass du noch ein bisschen lernst, bevor du dann in die Umsetzung kommst. Also ja, weil manche von euch sind vielleicht gerade so an dem Punkt, haben irgendwo ein Seminar gemacht, irgendwo was gelernt oder vielleicht auch in Büchern gelesen und fragen sich, jetzt bin ich schon so weit, das Wissen umzusetzen oder braucht es vielleicht noch das eine oder andere? Und ich dachte, das ist eine schöne Frage, die wir jetzt einfach mal aufgreifen. Also ich aufgreife und du darfst, wenn du Lust hast, einfach mitmachen und dich für A, B oder C entscheiden und natürlich auch gern deine eigene Karte ziehen, also mit deinen Karten, weil dann wird die Antwort natürlich für dich perfekt sein, weil dann hast du sie ja wirklich für dich persönlich gezogen. Ich kann ja hier immer nur sehr allgemein deuten, weil ich natürlich das möglichst für viele passend haben will. Aber wer weiß, vielleicht passt ja für dich trotzdem A, B oder C. So, jetzt habe ich lange geredet, in der Hoffnung, du hast dich jetzt bereits entschieden und dann switche ich jetzt auch schon rüber auf die Vorderseiten. Und zwar gibt es hier jetzt einmal das Buch. Lustigerweise habe ich jetzt hier in dem Video über das Buch beim Kartenorakel auch das Buch gezogen, musste ich ja ein bisschen schmunzeln. Aber ich habe gedacht, na gut, wieso nicht? Alle, die sich für A entschieden haben, da würde ich jetzt sagen, weil das Buch ja eben, hatte ich ja eben schon gesagt, natürlich für das Wissen steht, würde ich jetzt in dem Fall bei der Frage sagen, ob du schon genug Wissen hast, dass ich sagen würde, ja, du hast schon das Wissen. Vielleicht setzt du es noch nicht so um oder du bist dabei, das Wissen in Form eben selber von Bücherschreiben oder in Form von Unterrichten, dass du es schon in dieser Art und Weise weitergibst. Ansonsten, ja, hast du das Wissen dir vielleicht angeeignet, aber bist noch nicht in der Umsetzung. Also, das macht es hier natürlich auch wieder schwierig, weil das Buch eben die verschiedenen Aspekte hat. Und es könnte natürlich auch bedeuten, dass du noch ein bisschen was zu lernen hast, weil das Fragezeichen hier vielleicht präsenter ist. Hier bitte ich dich jetzt an dieser Stelle, spüre einfach mal in dich hinein. Hast du das Gefühl, ja, ich habe genug Wissen, ich muss jetzt einfach nur anfangen und das war jetzt genau die Karte, die mir den Impuls gegeben hat, leg los, du hast das Wissen oder hast du mehr auf das Fragezeichen geguckt und gedacht, hm, eigentlich muss ich noch ein bisschen was lernen. Wie gesagt, die Karte ist so als Einzelaussage natürlich schwierig, dennoch wollte ich sie hier im Kartenorakel drin lassen, um dir eben auch zu zeigen, was machst du, wenn das nicht ganz eindeutig ist. Wenn du wirklich sagst, ich weiß jetzt nicht, was von den beiden Deutungen ist es jetzt, weil hier habe ich ja jetzt keine vertiefende Positionsdeutung, wovon ich davor immer so schön geredet habe, weil ich habe ja hier nur eine Karte so gesehen als Antwort. Wer jetzt A genommen hat, hat ja nur diese eine Karte. Da ist es jetzt natürlich schwierig zu sagen, was von den vielen Aussagen ist es jetzt. Spontan hat mir meine Intuition gesagt, ich habe das Wissen schon, aber es kann bei dir natürlich der Impuls auch sein, eher mit dem Fragezeichen. Und wenn man da nicht ganz sicher ist, dann zieht man einfach noch eine Karte, weil was soll's, dann ziehst du halt eine zweite Karte als Ergänzung, um da mehr Klarheit zu kriegen. Und ich habe das jetzt hier einfach auch mal gemacht. Und da kommt jetzt der Turm. Und der Turm wäre ja so ein Hinweis, ist immer die Behörde, eine Firma oder bei Kindern natürlich auch die Schule. Das heißt, in der Schule lernt man was, in einer Behörde oder Firma arbeitet man dann eben mit dem Papier beziehungsweise kann auch sein Wissen natürlich umsetzen. Aber beruflich ist es eben oft mit dem Buch eher auch die Weiterbildung. Weiterbildung. Also vielleicht doch noch mal über ein Seminar nachdenken und gucken, wie kannst du dir noch weiter Wissen aneignen. Für alle, die natürlich selbstständig sind, ja, da geht es dann eben wirklich darum, einfach weiter dein Wissen umzusetzen, weil der Turm natürlich auch wieder für die Selbstständigkeit steht. Ja, du merkst schon, das ist sehr komplex. Man kann mit ein oder zwei Karten auch wirklich jede Menge deuten, vor allem, wenn man es sehr allgemein halten möchte, dass es für viele Leute passt. Ja, dann sind eben wirklich ganz, ganz viele Möglichkeiten da, mit allein nur dieser Karte oder dieser Kartenkombi. Karte B ist jetzt wieder sehr einfach, weil der Mann steht für Aktivität, für Machen, für Tun, fürs Umsetzen. Umsetzen. Also hier ist die Antwort auf die Frage, wie sieht es mit deinem Wissen und der Weiterbildung aus? Ganz einfach, du bist aktiv, du bist am Umsetzen, du gibst es weiter. Also die Antwort war mal wirklich eindeutig und easy. Genauso auch C, die Fabrik, da steht es ja immer für, man muss erst mal etwas investieren, damit im Anschluss etwas hergestellt werden kann. Die Fabrik sagt aber auch, du hast schon sehr viel Potenzial. Also da ist ja viel Fläche, viele Häuser, da wird viel produziert. Also von daher ist hier schon eine sehr gute Basis, ein sehr gutes Fundament. Also da hast du wahrscheinlich schon etliche Weiterbildungen gemacht und dir eine solide Basis erschaffen. Trotzdem sagt die Fabrik so ein bisschen auch in die Richtung, investiere weiter, investiere weiter in dich und in deine Weiterentwicklung. Weil dann kommt am Ende eben auch das Ergebnis raus oder noch mehr raus. Also wenn du schon am Umsetzen bist, dann heißt das einfach, investiere weiter in dich, dann kommt am Ende noch mehr raus. Also von daher würde ich jetzt einfach sagen, hier ruhig noch weitere Bücher lesen, weitere Kurse machen, einfach in dein Wissen investieren. Beim Her würde ich sagen, hast du schon genug gelernt, fang einfach mal an umzusetzen und erste Erfahrungen zu sammeln, wenn du es nicht eh schon machst. Und bei A ist so ein bisschen Zwiegespalten, kann tatsächlich beides sein. Da würde ich an deiner Stelle, wenn du A gezogen hast, auf jeden Fall nochmal eine Extrakarte für dich ziehen, damit du weißt, was da genau gemeint ist, weil sonst ist das eben wirklich nicht eindeutig genug. Ja, ich hoffe, dieser kleine Einblick in dieses Kartenorakel und gerade diese drei sehr unterschiedlichen Karten, dass die Antwort mal so und mal so ausfällt, haben dir jetzt hoffentlich gezeigt, was mit den Karten möglich ist und wo du vielleicht eben auch tatsächlich mit mehr Karten mehr Unterstützung brauchst, weil manchmal ist eine Karte eben doch zu wenig. Das haben wir jetzt gerade hier gesehen. Aber ich finde es dann auch immer gut, wenn ich solche Beispiele habe, weil dann kann ich eben auch demonstrieren, dass es nicht immer alles eindeutig und einfach ist und dass es auch mir manchmal noch so geht, dass ich dann da sitze und denke, Mist, wie deute ich das jetzt? Dann folge ich natürlich meinem ersten Impuls, meinem Bauchgefühl. Das war jetzt bei dem Buch bei mir eben das Wissen. Aber gut, ich hatte mich auch im Vorfeld tatsächlich selber für A entschieden und ich schreibe ja Bücher. Ich bin im Verlagswesen tätig. Also für mich ist die Karte natürlich eindeutig. Aber ich muss sie ja auch irgendwie für euch passend deuten, weil nicht jeder von euch wird ja Autor sein und auch Bücher schreiben. Deswegen habe ich jetzt versucht, so ein bisschen den Spagat zu machen, dass es auch noch für andere passt. Aber am besten ist es eben wirklich immer auch für sich selber die Karte zu ziehen und meinen Orakel hier mehr als Unterhaltung und Lerneffekt zu sehen, um dann eben anschließend für sich selber eine Karte zu ziehen und dann die ganz persönliche Antwort dann eben für sich zu bekommen. Ja, dann wünsche ich dir auf jeden Fall weiterhin viel Spaß mit meinen Videos. Alles Liebe und Gute, Angelina Schulze. Alles Liebe und Gute, Angelina Schulze.